Ach ja, ich finde es immer wieder cool hier aus dem Fenster zu schauen, wo LKWs irgendwie vorbeizuschauen, ich weiß nicht, ich glaube so ein Haus zu haben, wo irgendwie Autos vorbeifahren oder Flugzeuge fliegen, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Häuser oder wohnen sie irgendwo, wo Flugzeuge oder Autos direkt in ein Haus vorbeifahren, ich glaube das ist nämlich nicht so cool, wenn man die ganzen Gereiche hört, aber ich kann ja wie gesagt die Fenster zu machen, und ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat von Minecraft Franzl, ihr könnt es recht so bei mir auschecken, und ja, in der Folge sind wir noch da eingezogen in das schöne Haus da, wir haben da eigentlich nur ein kleines Bett, wir haben da eigentlich nicht viel, und es gibt so einen Vermieter, hallo, ja, wer bist du, hallo, was willst du, willst du was zum Essen, willst du essen, happa, 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 okay, ja, wir haben da ein kleines Problem, okay, ich hab kein happa, 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 der da drüben, der da drüben hat, der Banktyp hat happa, happa, aber jetzt ist nur das Ding, du musst ein, ein Bankkontoaccount erstellen, dass du Essen kriegst, na, 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 waffe weg, nein, waffe weg, waffe weg, jetzt, jetzt wollte ich dir eigentlich noch fragen, ey, ich wollte dir eigentlich, happa, happa, oh na, ich glaub, ich glaub, der bricht jetzt ein, ich glaub, der bricht ein, äh, happa, happa, da fuhr ein Ränder, ich glaub, egal, ähm, genau, äh, wie gesagt, rechts oben bei mir auschecken, die folge, folge, ähm, genau, äh, ich glaub, der Banktyp, oh, oh, hoffentlich, ähm, überlebt er das irgendwie, ich glaub, der Banda, der Banda decodes, ich weiß nicht, was das ist, ähm, hoffentlich überlebt, ich glaub, der weiß nicht einmal, wie man schierst, ah, hallo, wo, auch,哦, uh, oh, oh, warum, warum hast du keine Ahnung, oh, da, hi, bist du blind, auch, euh, oh, 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 przed, oh, oh, okay, geht es dir nicht gut, geht es dir gut, oh, oh, was sind дан, was sind, was ist, Oh, ich glaub, der hat gekutzt, geh weg, geh weg, geh weg, geh da, 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 da kadiere Hallo? Warte, wer unten? Ich glaube, ich höre da irgendwas. Hallo? Warte mal, ist das da? Warte mal, ist das da? Nein, ist die kurz? Ist die kurze? Hallo? Hapa, Hapa? Hast du Hapa, Hapa? Was ist das? Bist du einfach? Hast du Hapa, Hapa? Nein, lass mich mitfahren, okay? So, ich habe da ein kleines Ding, okay? Können Sie mich zu einem Arbeitsamt fahren? Weil ich brauche da irgendwie einen Shop für die Mieten zu verdienen. Wissen Sie, was ein Arbeitsamt ist? Okay, dort gibt es Essen, okay? Ja, Hapa, Hapa. So, ich glaube wir sind jetzt da oder Miau, Kotz, irgendwas, weiß nicht. Oh, du kannst hupen. Oh, sind wir da? Ich glaube wir sind da. Hallo? Oh, okay. Hallo, ist irgendwer da? Na, du hast den Rückwärtsgang, du musst für den ersten Gang vor... Oh, Länge. Oh. Ah, ein neuer Tag, eine neue Arbeit. Hallo? Hallo, grüß dich, servus. Franzl, mein Name. Hallo, ist irgendwer da? Hallo? Ja, warte mal. Ah, da ist er. Ah, guten Tag. Ah, da ist er. Ähm, ja, ich würde gerne einen Job suchen. Ähm. Einen Job aber sicherlich. Mit Hochglanz werden wir hier daran arbeiten, ihn einen Job zu versorgen. Was wollen Sie denn? Ähm, irgendwas mit Hapa, Hapa. Ah, Klosstopfen. Na, nix, nix, Klosstopfen. Nee, nix, Klosstopfen. Hapa, Hapa, Essie. Ham, ham. Schnitzel. Ah, sie wollen, äh, Straßenmullenzorgung. Ah, ham wir auch. Nein, nein. Frisches Hapa, Hapa. Wie ham. Frisches, äh. Ähm, Bauernhof? Äh, nicht so frisch, sondern schon gekocht. Also. Ah, perfekt. Hier, äh, McDonalds. Ah, ja, irgendwie, ja, ja, passt schon. Passt schon. McDonalds. Ähm, ich glaube, da gibt's Hapa, Hapa. Hoffentlich. Ähm, genau, ähm. Wo ist denn der? McDonalds? Oder haben sie irgendwie... Ja, direkt da drüben. Was ist so die, die monatliche Zahlung für das? Ähm, äh, es ist 50 Cent pro Monat. Also 50 Cent und gratis Hapa, Hapa, hab ich gehört. Genau, richtig. Sie müssen das immer positiv sehen. Okay, okay. Ja, dann, ich würde immer sagen, geh ich einmal rüber, gell? Ähm, muss ich irgendwie 24 Stunden, wie ich glaube, der hat 24 Stunden irgendwie offen, oder? Genau, die haben 24 Stunden offen, das heißt, die müssen den ganzen Tag arbeiten. Okay, ähm, okay, dann geh ich einmal hier rüber, okay? Passt. Ähm, dann denke ich einmal, ähm, ich habe irgendwie, äh, einen Job jetzt beim McDonalds. Ich glaube, das ist der. Ist der McDonalds? Ich glaube schon, das ist der McDonalds. Ich würde jetzt nicht direkt mitten auf der Straße laufen. Geh einmal da, da. Ich denke, das ist der McDonalds. Ist aber sehr wenig los da gerade. Doch. Ah, okay, doch, das ist der McDonalds. Ich hab da vorne gesagt, der 3 Finn. Okay, ähm, ich glaube, ich bin jetzt offiziell eigentlich angestellt. Und, äh, ich geh da glaube ich mal... Oh! Hallo? Ah, guten Tag! Hallo, was ist denn los? Haben Sie hier? Äh, ja, seit ein paar Sekunden. Äh, okay. Haben Sie denn ein Waschbär gesehen? Äh, ich weiß nicht. Wo ist ein Waschbär? Wo ist ein Bander? Äh, wie schaut er denn aus? Äh, äh, grau. So groß wie ich sehe. Äh, leicht dumm. Also, ist das schon alt? So ein grauer Haar? Äh, ich... Er hat so einen Schnurrbart. So einen schwarzen. Ich hab ja heute noch gar nichts gesehen. Einen schwarzen? Okay. Ich hab heute noch gar nichts gesehen. Ich hab heute noch gar nichts gesehen. Ich hab heute noch gar nichts gesehen. Äh, also Sie können eigentlich weitersuchen. Also, da ist eigentlich nichts alles hier. Cheeseburger, ähm, Cheeseburger, Cheeseburger, Cheeseburger. Ähm, Cheeseburger, ähm. Ich kann ihnen 1 Dollar geben. Momentan sind Cheeseburger ausverkauft. Ich gebe ihnen 1 Dollar, das beim nächsten McDonalds kaufen können. Ha! Okay. Alles klar. Okay. Ähm, also schon mein erster Kunde. Ich mein, ich hab ihm 1 Dollar gegeben. 1 Euro. Also, ähm, immerhin schon erster Kunde. Ich glaub ich geh da mal einit, oder? Ähm, mal schauen. Wie schaut's denn da aus? Ich glaub das ist die Kuchel. Also die Küche. Ähm, was ist da? Okay. Okay, okay. Der Riesi ist, ich glaub da 3 Fin. Wenn man das so sagt. Ich glaub, in Österreich hast du das auch so 3 Fin. Jetzt mir in die Kommentare schreiben, ob's, ob's irgendwie bei euch auch 3 Fin hast oder so. Äh. Ich glaub heute ist, oh. Ich. Boah, Diät Cola. Diät Cola. E-Cola? Ah, elektrische Cola? Diät Cola. Also Diät. Ja, 1 Sekunde. Ähm, welche Art von... Diät Cola? Ja, Diät Cola halt. Okay, 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 okay. Ich schau, ich schau noch. Ich schau noch. Ich glaub da sind die... Äh. Nix. Äh. 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 Geh da Steak, äh? Steak? Ich, ich, ich mach Sport. Ich, ich, ich darf kein Steak machen. Ich war früher richtig dick. Ich hab mich dick gegessen. Ähm. Da, da, da haben's ähm. Da haben's Diät Cola. Äh, also mach 3 Euro 91. Was? 3 Euro 99. Ich mach ne Diät. Ich darf nicht zahlen. 3 Euro 99. Was? 3 Euro. Ja? Ja, 3 Euro. Äh. Ja. Ja, 3 Euro. Äh. Ja. 3 Euro. Ja, wir bist'n du. Was? Äh. Äh. Hallo? Ihr müsst schließen. Das ist echt gut. Wunden. Da, das habt ihr mit mir gemacht. Das wart ihr. Du. Also ich wette, ich war sicher der Burger King und Dieter McDonalds. Das wart ihr. Äh. Was haben sie vergessen? Ich brauch den Cheeseburger. Meine Sucht ist immer noch da. Okay. Äh. Eine Sekunde. Äh. Sie kriegen gleich wieder. Äh. Cheeseburger haben's. Ein Steak. Okay. Äh. Da. Also. Fertig. Okay. Es funktioniert nicht. Ah. Das macht 5 Euro 99. Jetzt geht's mir. Oh nein. Oh Mann. Das ist ja richtig gut. Oh. Gut. Ja. Was hast du von mir gemacht? Die sind ganz frisch. Ganz frisch. Aus der Kiste geholt. Hier nehm ich halt mein Geld. Was ist das? Ich komm mal wieder. Ich hab einfach. Warte. Wie viel hab ich gemacht? Ich hab einfach. Ich hab 33. Ich hab 33. Auch nur von dem Typen gekriegt. Vielleicht wollt ich die Mieten schon zahlen. Okay. Ich glaub meine Nachtschicht dauert auch noch Randl. Okay. Ich glaub ich muss bis 12 Uhr oder so. Also bis 12 Uhr noch machen. Schau mal. Aber Vorrat haben wir da hinten relativ viel. Ich geh mal zum 3 Fin. Ich nehm mal ein paar Steaks damit. Ein paar Steaks. Ein paar Energydrinks. Ein paar Wasser. Und ein paar Almtudler. So. So. Ähm. So. Ich hoffentlich. Kundana. Ich hoff. Da ist noch keiner vorbei gefahren. Ähm. So. Ich glaub. Oh. Iadieren. Hallo. Ja. 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 Bist du? Ich wachs. Ich wachs. Äh. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wom-was-dangst? Wer? Wer? Er kommt. Heute. Alle, 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 alle Planeten stehen. Er kommt heute. Werden. Haben sie zu viel creepypastos geschaut oder was? Er kommt. Wer kommt. Heute Mitternacht. W-w-w-w-w-was für Mitternacht. nacht ich glaube wann es noch die sowieso uns noch wird starten hallo mcdonald's wie laute der bestellung bitte ich wünsche cheeseburger ohne käse ähm toller cheeseburger ohne gar nichts bis auf das laber wir schießen ohne käse ohne käse gibt es hey hey das ist mein ding 24 stunden im mcdonald's gibt es nicht bei mir ganz viele likes kriegst auch wenn es bei der oma in 24 stunden muss sie verstehen das nicht sind bestimmten boomer sie sind allerdings aus der boomer außerhalb der generation ich bin höchst ich brauche die likes okay ausnahmsweise aber nur sie jetzt sofort da auswegbegibst ich gebe dir ich gebe sogar eine uhr die ist von supreme supreme muss nicht wenn ich mache ich mache jetzt 24 stunden okay wer willst du ja ja macht es okay ich glaube ich habe jetzt eine supreme uhr 17 uhr oder so oder ist die hänger blimd ich weiß nicht aber 18 uhr ist jetzt okay das heißt noch wir brauchen noch irgendwie circa 6 stunden bis 0 uhr ist dann haben wir aus aber da kommt 0 uhr der typ wo das kleine kind gesagt hat ich weiß nicht schauen wir mal in drei finden ist da schon wer da hallo mcdonald's ihre bestellung bitte ich glaube da ist noch keiner mal schauen aber das kann man ja auch machen das glas ja das ist relativ cool gemacht oder hallo hallo wo sind sie das fuhren hinten wenn drei fehlen oder hallo hallo ist das die große krabbe mcdonald's ihre bestellung bitte hat es die große krabbe mcdonald's die große krabbe mcdonald's die große krabbe pizza will ich wir haben nur steaks bergermann ist es ist 20 uhr hallo du bist das ok hallo 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 ist ist das die beste als die weise wirklich müssen ist es ist neben alles was etwas da wasser ich brauche ich brauche eigentlich gar keine ok ok bitte vor schne Eagles einer mann en aber die macht mir angst ok 3 4 bleiben oder hallo mit deut ihre bestellung bitte die man auch viele hallo die bestellung bitte wiens ans glaube ich war die hohen kurz okay kurz drauf was ein bisschen was er kaiserschmarrn ist kannst du mal in die kommentare schreiben das ist wieder der kaiserschmarrn und kaiserschmarrn und kaiserschmarrn am son energy drink das extra gut meine schweinefleisch habe ich gesagt und zum stockweinefleisch extra saftig extra knusprig ich hab richtig bock auf richtig deftigen bürger alter was für ein ding wala was für ein ding wala so ihre bestellung in bestellung extra saftig mit wasser es macht 10 euro und eine 1 15 euro und eine 1 10 euro und eine 1 jodel typ ich komme aus der alpen ja ich komme aus der alpen ich brauche 10 euro ich brauche 10 euro ich brauche 10 euro ich brauche 10 euro wo sind wir nicht 10 euro wo sind wir nicht 10 euro ich glaube ich glaube da sind wir gerade 10 euro los geworden äh was äh egal das ist denn das gehört eh in mcdonalds also gehört nicht mir so unbedingt also ist eigentlich wurscht so habe ich mir ein bisschen wieder nachschub bam 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 so ähm im total energy drink kann ich ihnen wieder nachschub ein bisschen geben so so ähm ich hoffe ich glaube ich weiß jetzt nicht wieviel Uhr es ist ok es sinds gar 30 ich glaube um einer sinds guter sollte dafür aufhören ich glaube ich gehe mal da eine kleine runde nicht das irgendwie einpuchen wer bist du? ähm mcdonalds ihre bestellung bitte ähm 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 ein energy drink oder ein Wasser was wollen sie denn haben was oh nein energy drink was wollen das ah gut ah gut was denn das ah was ist gut was ist mir ragt ähm was wollen sie ein steak macht 5,99€ 5,99€ für steak extra designer steak für ich das gute leidln ok ich bin da abgeflogen ok ich will jetzt schauen drauf bewohnen oder wie die Tür passt geh mal in lieber eine hallo da ist eine kirche eine kirche sag ich schau ah was ist das ist eine türkling schätze ich muss rauf schauen hallo ist da wer hallo mcdonalds ihre bestellung bitte da ist es dunkel hallo hallo mcdonalds ihre bestellung bitte da ist es dunkel hallo hallo ähm ist es da drinnen ist er da drinnen hallo ich habe Angst wer bist du wer ist da 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 wir müssen laufen laufen nein nicht laufen ums laufen was muss ich machen was muss ich machen das weg jetzt dann was ist für gleich das ist der spieler den ich angemacht so ein spieler verstecken ich verstehe ich verstehe ich verstehe mit einer versteckt dass sie nur alle 27 jahre hallo wer macht die ganze zeit die abend zu was war das gleich zwölf uhr gleich zwölf uhr noch studiert auf uns 23 30 30 ich glaube ich ihre schnitzel was in der hand ab hallo wer betätigt den knopf er ist dann gleich 12 uhr ich glaube bist du nur da ok wo ist er denn wo ist er denn sag mal wo ist ich schlug ihn zusammen hallo ist er schon wieder weg ok das ist noch nicht 12 uhr ich glaube hallo ist er noch irgendwer da oh 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 der ist zu warum ist er zu komm ich jetzt nicht mehr raus oder was oh oh ich komm nicht mehr raus was heißt für gereiche ich verstecke mich ok wir haben glaube ich nur 5% chance dass da nicht einer kommt oh oh bist du ich glaube das ist er ich bin nur Muslims du 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 du